recht herzlich willkommen zur 112 folge von towns ja wir sind am haus bauen wir hatten letztes mal hier irgendwie ein problem mit dem stein hier ist der weg kommen ich weiß auch nicht wie man da jetzt so richtig dran kommen könnte das ist der dann ist der weg das ist der obere der dann anlockt ist das war jetzt auch nicht das richtige eigentlich ist nur den hier anlocken nur mit lokalen mal irgendwann den richtigen wo man hält gekommen anlocken 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 kann alles anlocken nur den einen stein den ich anlocken möchte da geht es nicht krass oder ich hab sie da alle durch anlocken anlocken ja es ist schon komisch oder Ich krieg diesen Stein hier nicht. Eigenartig. Ja. Ich glaub wir müssen da unten einen hinsetzen, damit wir den oben kriegen, ne? Kann doch sein. Gucken wir mal, was passiert. Gucken wir mal, was passiert. So. Störungen. Keine. Das ist jetzt doof. Aber okay, läuft. So, jetzt kann ich den Stein anloggen, ne? Krass, oder? Ist wirklich krass. Naja. Wenn ich den anloggt hab, dann können wir die anderen gleich wieder bauen, ne? Irgendwas ist hier faul. Die beiden da hinbauen. Ja, der ist schon da. Sieht man auch jetzt wieder so super cool. Was da richtig ist und was da falsch ist, ne? Ja, die sind am bauen da. So, da fehlt noch der Stein, okay. Und hier haben wir noch zwei zu bauen. Dann können wir da auch noch einen bauen wieder. So, jetzt ist der oben drauf weg. Das heißt, ich kann auch den da drunter nehmen wieder. Und anloggen. Und da einen hin. Genauso wie da einen hin. Macht er nicht, weil da schon wahrscheinlich einer ist. Genau. So. Das sollte alles zugebaut werden. Und hier ist offen. Weil da haben wir ja einen Gang, ne? Da kann auch noch einer hin. Und der da oben muss noch weg. Ja, da wird zugebaut. Wunderbar. Und Ja, doch. Können wir da auch machen. Ja, jetzt ist es weg. Und so. So passt es. Da wird gebaut. Da nicht. Mhm. Da kommt noch ein Steinlein. Gut. Die bauen es dazu. Ja, wir müssen uns Gedanken darüber machen. Da wäre schon 49 Leute haben, die ja hier schon alle wohnen. Ne? Das waren 23. Und die Etage darüber sind Ne? Achso, wir waren schon in der oberen Etage. Alles klar. Hier sind es 24 und 23 sind 47 und 48, 49, 49, 51, 52, 53, 53, 55 können hier zur Zeit wohnen. Wir müssen gucken. Das soll Wohnraum schaffen, ne? Und das sieht ja bald so aus, als ob wir hier noch eine Etage höher am besten bauen, ne? Äh. Ich hätte jetzt gesagt, wir machen das mal hier so, ne? Da war es hin. Ne, das war auch verkehrt, ne? Da wäre es hin. So. Und die beiden, die müssen weg. So. Jetzt passt's. Okay, das wird schön gebaut. Das ist wichtig. Und dann müssen wir hier gucken, dass wir noch ein Treppenhaus hinkriegen, ne? Und dafür müsste man, glaube ich, noch ein Meer daneben haben, ne? Gibt das denn da hin? Nee, wir müssen erst den haben, um dann weiterbauen zu können. Alles klar. Okay, da ist gleich die... Das Zimmer fertig, nicht die Wohnung, ne? Das wird grad schön zugebaut. Türen und sowas könnte man auch gebrauchen, ne? Möbel, Türen, Türen. Und da, dort, überall schicke Türen bauen. Ja, Betten fehlen auf der anderen Seite dann. Das müssen wir drehen, das Bett. Und... Was kommt denn da ein? Schade, das war... die vergessene Shift-Taste. Und... Und da... Und daneben kommt ein schicker Schrank. Dann haben wir den Schrank auch. Eine Kiste haben wir hier nicht. Und noch eine Blume. Die müssen wir mal untersuchen. Hier bei Deko wahrscheinlich. In Deko. Da ist die Blume. Die steht also da in der Ecke. Und die Deko-Kiste. Wo ist sie? Da oben. Die steht an der Ecke, aber... andersrum, ne? Obwohl, das ist eine Deko-Kiste. Eigentlich auch ziemlich egal, wie da rum die da steht, ne? Ich glaube, wir machen sie trotzdem grad einmal weg. Jetzt nehmen wir nochmal richtig hin. Gut, Türen kommen. Das ist doch auch schick. Ein bisschen noch zubauen, oder? Wieso geht's hier nicht voran? Weil's da fehlt. Okay. Oh Gott. Passiert aber nicht. Schade. Okay. Wie kriegen wir das jetzt hin? Dass da... sowas gebaut wird. Ne. Ich glaube, ich muss ein tiefer. Ach, das ist jetzt komisch, ne? Krieg ich den Stein hinein? Bitteschön. Ah, jetzt habe ich's Glück geschafft. Ja. Gut. Bett ist auch schon gebaut worden. Krass. So. Mal auswählen. Ah, da kommt ein Stein. Da muss noch einer hin. Fenster. Machen wir mal so, ne? So passt's. Da geht gar nix. Da auch nicht. Obwohl, da ist schon einer hängengekommen. Dann geht das auch zu. Und da geht wohl auch schon zu. Aber da fehlt noch einer. Aber der ist auch schon angemarkert. Bist du also werden. Jetzt machen sie schon die oberen Etagen. Mit dem Stein. Ah, ne, da guck. Ist gerade fast ein Stein noch gekommen. Ah, da habe ich den falschen Klick gehabt. Da ist der richtige Klick. Ne, oder? So, jetzt passt's. Irgendwo kommt irgendwer. Ne, doch nicht. Die schlafen da wohl. Steine bewegen sich noch. Ein vierter Held ist gekommen. Auch schön. Ah. Oh, das sieht nicht gut aus. Doch, der kann da runterkommen. Ja, klar. Keine Ahnung, warum der da oben bleibt. Noch mehr Steine. Haben wir uns noch ausgewählt. Da machen wir einen hin. Da weiß ich nicht. Das ist ja noch so ein Gang, ne? Gut, der ist im Bau. Ah, die beiden Steine sind schon fertig. Dann würde ich jetzt mal sagen, müssen wir mal gucken, dass wir hier... ...da noch was hinkriegen. Und zwar den Stein. ...und ja, vielleicht sogar hier auch noch, ne? So. Nein. Okay. Treppenhaus wird das dann, ne? Steine kommen, aber wir gehen mal anders hin. Gucken, dass wir das hinkriegen. Ah, das ist alles zugebaut. Naja, passt. Okay, da oben fehlt auch noch einer. Dann sollten wir mal auch gerade einen Angriff nehmen. Gut. Der Raum hier außen ist ja schon fertig. Ach so, da ist die Tür, ja. Okay, da fehlte noch einer. Wo sind's? Ich glaube, alles passend, oder? Tür fehlt dann noch. Da auch. Diese Etage ist jetzt gut. Gehen wir eine höher. Das haben wir hier schon gebaut. Da fehlt er noch. Die fehlen. Und die fehlen. Die fehlen. Und die fehlen. Da muss noch was hin. Und da auch noch. Und das muss auch zu. Gut. Dann haben wir erstmal was zu tun, hier oben. So, da ist alles zu. Ja. Der da, der fehlt uns irgendwie noch, ne? Aber... Wird die irgendwann auch kommen. So, ach so, Kerzen fehlen uns da noch an den Zimmern. Dann geben wir die auch gerade in Auftrag. Und das heißt, die kommen da hin. Ja, und hier haben alle. Die wird gleich weggerommen. Da müssen wir da eine neue hinstellen. Die wird gerade weggenommen, wie man sieht. Und dann kommt da eine neue hin. Ich glaube, jetzt ist der Stein da, ne? Ja. Das bedeutet, da können wir auch einen höher bauen. Den da hin. Fertig. Gut, dann sind die alle beschäftigt. Erstmal wieder ein Stück. Dass wir hier das alles fertig kriegen. Ja, hier ist ja schon zu sagen. Warte mal. Das ist jetzt hier eine, zwei. Und dann kommt die Decke, ne? Genau. Und da sollte dann die Decke hinkommen. Gut, dann kann man das hier auch in Angriff nehmen, ne? Gut, bis dahin. Und da. Machen wir mal bis da. Der kann da auch hin. Das war jetzt der richtige Stein. Und der Weg ist da. Ach, da hinten ist schon drunter gebaut, irgendwie. Wollten wir da sowas wie einen Trippen ausbauen? Könnte sein, ne? Schwierig jetzt zu beurteilen. Aber okay, wird schon laufen. Gucken wir mal gerade einmal hier rein, wie viel Essen wir haben. Wir haben auch keine Brote. Äpfel und Birnen sind dafür da. Bisschen Kuchen. Produziert und gleich weg. Ja, ist also. Sagt die Happiness. Oh, es müssten bald welche kommen. Gut, okay. Aber ich würde sagen, für die Folge soll es dann erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.